ist schon oben so schnell geht es ja schon hochkommen weil das natürlich die kann da muss er drüber er steigt was ist wenn er immer höher kommt nach der stadt ist das schwierigste weg zu kommen und dann oben zu bleiben da geht er links rum, wo geht er links rum? diese kommentare ich bin froh, dass wir dich unten stehen der geht in andere richtung wo will er denn hin? wo ist er denn? er könnte theoretisch immer noch mehr nach links und dann irgendwann müsste er wieder nach rechts kommen und dann kommt dann wieder von da drüben wo haben sie da unten fahren sie so, auf die Landetpiste oder unten? ja genau ja, die fahren wieder ganz weit weg zurück und dann kommt wieder irgendwann zurück und dann dreht er wieder rum ja das muss toll sein und da stürzen halt auch immer gute Leute ab ja, ist aber nicht gut hm 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 Ja hm 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 haha hm hm Untertitelung des ZDF, 2020